Meine Damen und Herren, wir steigen an dieser Stelle aus der Nationalratssitzung aus. Mehr Politik sehen Sie schon heute Abend ab 21.05 Uhr in UF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnherr zu einer Runde der Chefredakteurinnen lädt. Innen- und außenpolitisch gibt es ja vieles zu besprechen. Jetzt gleich sehen Sie Wichtiges vom Tag in Österreich. Heute, ich wünsche Ihnen einen schönen Fernseherabend. Danke für Ihr Interesse. Bis bald und auf Wiedersehen. Folgeabschätzung gewünscht, wie das eigentlich so üblich ist. Gut, das ist nicht gekommen, aber ich denke, in diesem Fall werden wir gerne darüber hinwegsehen. Was uns aber noch weiter wichtig ist, ist zusätzlich zu diesem Veranstaltungsschirm...